Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der deutschen Frage im 19. Jahrhundert an. Viel Spaß beim Video. Der Deutsche Zollverein und seine wirtschaftlichen Auswirkungen stellen einen bedeutenden Abschnitt in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts dar. Der Zollverein, gegründet im Jahr 1834, war eine wegweisende Institution, die den Grundstein für die wirtschaftliche Einheit Deutschlands legte. In einer Zeit, in der Deutschland aus einer Vielzahl von Kleinstaaten bestand, schuf der Zollverein die Voraussetzungen für einen einheitlichen Wirtschaftsraum, der die Grundlage für die spätere politische Einigung bildete. Die Notwendigkeit eines Zollvereins ergab sich aus den zahlreichen wirtschaftlichen Barrieren, die zwischen den deutschen Staaten bestanden. Diese Barrieren, in Form von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen, behinderten den freien Warenverkehr und damit das wirtschaftliche Wachstum. Die unterschiedlichen Zollsätze und die Vielzahl an Zollstationen führten zu hohen Kosten und ineffizientem Handel. In dieser Situation wurde die Idee eines gemeinsamen Zollgebietes geboren, das die Handelshemmnisse beseitigen und den Binnenmarkt stärken sollte. Die Initiative zur Gründung des Zollvereins ging vor allem von Preußen aus. Bereits im Jahr 1818 hatte Preußen einen eigenen Binnenzollverein gegründet, der die Zölle innerhalb seiner Grenzen abschaffte und einheitliche Außenzölle einführte. Diese Maßnahme zeigte schnell positive wirtschaftliche Effekte und diente als Modell für den späteren deutschen Zollverein. Preußen nutzte seine geografische und wirtschaftliche Position, um andere deutsche Staaten zur Teilnahme an einem gemeinsamen Zollsystem zu bewegen. Die Verhandlungen zur Gründung des Deutschen Zollvereins gestalteten sich schwierig, da die einzelnen Staaten unterschiedliche wirtschaftliche Interessen verfolgten. Dennoch gelang es, bis 1834 einen Vertrag zu schließen, der zunächst Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen und andere mitteldeutsche Staaten umfasste. Der Zollverein wuchs im Laufe der Jahre weiter und schloss schließlich fast alle deutschen Staaten ein. Lediglich Österreich blieb aufgrund seiner unterschiedlichen wirtschaftlichen Struktur und politischen Interessen außen vor. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Zollvereins waren enorm. Durch die Abschaffung der Binnenzölle entstand ein einheitlicher Wirtschaftsraum, der den freien Warenverkehr ermöglichte. Dies führte zu einem Anstieg des Handelsvolumens und förderte die wirtschaftliche Integration der beteiligten Staaten. Unternehmen konnten nun ihre Waren ohne Hindernisse über größere Entfernungen transportieren und neue Märkte erschließen. Die einheitlichen Zollbestimmungen erleichterten zudem die Berechnung von Preisen und die Planung von Handelsaktivitäten. Der Zollverein trug auch zur Industrialisierung Deutschlands BEI. Die verbesserten Handelsbedingungen und die größere Marktgröße führten zu Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in den Ausbau des Eisenbahnnetzes. Die Eisenbahnen verbanden die verschiedenen Regionen und ermöglichten den schnellen und kostengünstigen Transport von Gütern. Dies wiederum förderte die Entstehung neuer Industrien und beschleunigte die wirtschaftliche Entwicklung. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Zollvereins war seine politische Bedeutung. Durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit der deutschen Staaten entstand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das die nationalen Einigungsbestrebungen unterstützte. Der Zollverein stärkte die Position Preußens, das als treibende Kraft hinter dem Zollverein seine Führungsrolle in Deutschland ausbauen konnte. Diese wirtschaftliche Vormachtstellung war ein wichtiger Faktor in den späteren politischen Entwicklungen, die zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs führten. Der Zollverein hatte auch soziale Auswirkungen. Die wirtschaftliche Expansion führte zu einem Anstieg der Beschäftigung und verbesserte die Lebensbedingungen vieler Menschen. Die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in den Industrien und im Handel führte zu einem Wachstum der Städte und zur Urbanisierung. Gleichzeitig entstanden jedoch auch soziale Probleme, wie schlechte Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse, die neue Herausforderungen mit sich brachten. Trotz seiner positiven Wirkungen stieß der Zollverein auch auf Widerstand. Einige Regionen und Interessengruppen, die von den bisherigen Zollregelungen profitierten, lehnten die neuen Bestimmungen ab. Es kam zu Konflikten über die Verteilung der Einnahmen aus den Zöllen und über die Höhe der Außenzölle. Diese Konflikte konnten jedoch meist durch Verhandlungen und Kompromisse gelöst werden. Die Bedeutung des Deutschen Zollvereins für die deutsche Geschichte kann kaum überschätzt werden. Er legte den Grundstein für die wirtschaftliche Einheit und schuf die Voraussetzungen für die politische Einigung Deutschlands. Die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklungen, die durch den Zollverein angestoßen wurden, trugen wesentlich zur Entstehung eines modernen deutschen Nationalstaates BII. Der Zollverein war somit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Instrument, das die Kräfte der nationalen Einheit stärkte. Der deutsche Zollverein zeigt, wie wirtschaftliche Integration und Zusammenarbeit zur Überwindung politischer Fragmentierung beitragen können. Er verdeutlicht, dass wirtschaftliche Interessen oft die treibende Kraft hinter politischen Entwicklungen sind. Die Geschichte des Zollvereins bietet wertvolle Lektionen für die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration in der modernen Welt. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Rolle Preußens und Österreichs im Deutschen Bund war ein zentrales Thema der politischen Landschaft Deutschlands im 19. Jahrhundert. Der Deutsche Bund, 1815, nach dem Wiener Kongress gegründet, war ein loser Zusammenschluss der deutschen Staaten unter der Führung Österreichs. Preußen, das ebenfalls ein bedeutendes Mitglied des Bundes war, strebte jedoch eine andere Vision der deutschen Einheit an. Dieses Spannungsverhältnis prägte die politische Entwicklung Deutschlands bis zur endgültigen Einigung im Jahr 1871. Der Deutsche Bund war ursprünglich als Mittel zur Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts und zur Verhinderung der Hegemonie eines einzelnen Staates konzipiert. Österreich, das traditionell eine führende Rolle in Mitteleuropa spielte, übernahm den Vorsitz des Bundestags, des zentralen Organs des Bundes. Preußen, das nach den napoleonischen Kriegen an Macht gewonnen hatte, war ebenfalls ein bedeutender Akteur im Bund und verfolgte eigene politische Ziele. Diese Konstellation führte zu einem ständigen Wettbewerb und einer wechselhaften Allianz zwischen den beiden Mächten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Preußen und Österreich bestand in ihrer territorialen und ethnischen Struktur. Während Preußen ein weitgehend homogenes, deutschsprachiges Territorium beherrschte, war das Habsburger Reich ein Vielvölkerstaat mit einer Vielzahl ethnischer Gruppen. Diese Unterschiede hatten tiefgreifende Auswirkungen auf ihre jeweiligen nationalen Ziele. Preußen befürwortete eine kleindeutsche Lösung, die eine Vereinigung der deutschen Staaten ohne Österreich vorsah, während Österreich eine großdeutsche Lösung anstrebte, die alle deutschsprachigen Gebiete unter einer gemeinsamen Führung vereinen sollte. Die Rivalität zwischen Preußen und Österreich manifestierte sich in verschiedenen politischen und militärischen Auseinandersetzungen. Die Revolutionen von 1848, die durch ganz Europa fegten, brachten diese Spannungen deutlich zum Vorschein. Die Frankfurter Nationalversammlung von 1848, 1849, die eine gesamtdeutsche Verfassung ausarbeiten sollte, stand vor der schwierigen Entscheidung zwischen einer kleindeutschen und einer großdeutschen Lösung. Letztlich scheiterte die großdeutsche Lösung an den politischen Realitäten und die kleindeutsche Lösung, die eine preußische Führung vorsah, gewann an Boden. Ein entscheidender Wendepunkt in der Beziehung zwischen Preußen und Österreich war der deutsch-dänische Krieg von 1864. Dieser Konflikt drehte sich um die Frage der Zugehörigkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Preußen und Österreich kämpften gemeinsam gegen Dänemark und errangen einen Sieg. Die anschließende Verwaltung der Herzogtümer führte jedoch zu Spannungen zwischen den beiden Mächten, da beide unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft dieser Gebiete hatten. Diese Spannungen eskalierten schließlich in den Deutschen Krieg von 1866. Der Deutsche Krieg von 1866, auch als preußisch-österreichischer Krieg bekannt, war ein entscheidender Moment in der deutschen Geschichte. Preußen unter der Führung von Otto von Bismarck strebte die Vorherrschaft im Deutschen Bund an und forderte Österreichs Hegemonie heraus. Der Krieg endete mit einem klaren Sieg Preußens in der Schlacht von Königgrätz. Dieser Sieg führte zur Auflösung des Deutschen Bundes und zur Gründung des Norddeutschen Bundes unter preußischer Führung. Österreich wurde aus der deutschen Politik verdrängt und konzentrierte sich fortan auf seine nichtdeutschen Gebiete. Der Sieg Preußens im Deutschen Krieg von 1866 hatte weitreichende Konsequenzen für die deutsche Einigung. Der Norddeutsche Bund, der unter preußischer Führung gegründet wurde, war ein bedeutender Schritt in Richtung eines Vereinigten Deutschlands. Preußen dominierte die politische Struktur dieses Bundes und konnte seine Vision einer kleindeutschen Lösung weiter vorantreiben. Die süddeutschen Staaten, die zunächst skeptisch gegenüber einer preußischen Vorherrschaft waren, wurden durch diplomatische und militärische Mittel schrittweise in den Einigungsprozess eingebunden. Die endgültige Einigung Deutschlands erfolgte nach dem deutsch-französischen Krieg von 1871. Dieser Krieg, den Bismarck geschickt provozierte, schuf die notwendige nationale Begeisterung und den politischen Druck, um die süddeutschen Staaten zur Teilnahme an einem deutschen Nationalstaat zu bewegen. Die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles war der Höhepunkt dieses Einigungsprozesses. Wilhelm Blintemin von Preußen wurde zum deutschen Kaiser gekrönt Die Rolle Preußens und Österreichs im Deutschen Bund und die daraus resultierende Rivalität prägten die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts tiefgreifend. Österreichs traditionelle Führungsrolle wurde durch die aufstrebende Macht Preußens herausgefordert und schließlich abgelöst. Preußens Sieg und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs markierten das Ende einer Ära der politischen Fragmentierung und den Beginn eines Vereinigten Deutschlands. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.